Die Grundlage dafür ist eine Technologie, die wurde an der TU Graz und in der Imagination Computerservices in Wien erfunden, entwickelt. Die heißt Augmented Reality, Vision-Based Augmented Reality. Vor drei Monaten hat Qualcomm diese Technologie gekauft von Imagination und seitdem arbeiten wir hier sozusagen im Team, ich bin mitgegangen sozusagen von Imagination zu Qualcomm und seit ungefähr drei Monaten arbeiten wir hier sozusagen, dass auf der einen Seite ein SDK weiterzuentwickeln, das sehr bald auf den Markt kommen soll und auf der anderen Seite Showcases zu entwickeln, zusammen mit Mattel. Ein sehr schönes Showcase, wo wir den Rock'n'Zock'em Robots, ein offensichtlich sehr amerikanisch, aber sehr tief in der amerikanischen Kultur verwurzeltes Spiel, würde ich einmal so sagen, wiederbelebt haben mit Augmented Reality. Man kann im Wesentlichen ein Android-Phone hernehmen, zusammen und es hier auf diese Spielfläche halten, schon erscheinen die Roboter, und man kann gegeneinander spielen, sozusagen im Kinderzimmer auf dem Spielteckel. So I'm Andrew Cheesman with Mattel and I'll show you our Rock'n'Zock'em Demonstration project. So this is our Augmented Reality Demonstration project. I'm holding up here a Google Nexus One. You can see this is just the camera on the Google Nexus One. And on the floor here, you see a target that we printed up for the Augmented Reality Demonstration Project. So the fun thing is that when you take this camera on the Google Nexus One and you point it at the target, robots appear. Right? And it's really cool because the robots seem to actually be there. So as I move, I can actually move in and look at the robots. You can look in his eye as though he were there until the camera points away from the target. So here it is. And I can move. I control the blue robot here. So I can walk the blue robot over and I can take a punch. He's really not happy. Let me show you how to make him really, really unhappy. I'm gonna give him a huge punch here. He's extremely unhappy now. And so we've knocked the robot out. And so that is our Augmented Reality Demonstration project. Okay. Thank you. When do you think customers can play with something like that? So this is actually an experimental project that we're doing. And the next step is now to think about, are people interested in this? Is this something that people would want to buy? So at this point we don't have plans, but we're excited about technology and what it means for the future of play. Okay. Thank you very much. Yeah. Thank you.